schön oder barium raketenset von pyro trade da sind ganzen haufen raketen drinnen witziger weise bei österreichischen raketen steht nie irgendwie oben so oh mein gott so und so viele teile bei uns ist einfach so ja zähl halt mal ja ich habe ein bisschen nachgeschaut ich weiß die nummer drei hier die haben 42 gramm alle anderen haben 20 gramm dieses set habe ich gekauft bei ens fireworks und es hat mich gekostet 30 euro hier die effekte ich würde aber sagen ich zünde lieber alles gleichzeitig ich habe auch schon mein feuerzeug hier also los geht's so warte ich muss erst mal nach draußen gehen sind echt ein paar liegen geblieben das ist nicht gut nachträgliche zündung so 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 Untertitelung des ZDF, 2020